Herr Mulder, CA hat sich ja an dieser wunderbaren Studie hier beteiligt, 4Digital, und ich denke, da sind ganz interessante Erkenntnisse zum Stand der Digitalisierung in Deutschland dabei herausgekommen, unter anderem auch zur Führungskultur in deutschen Unternehmen. Welche Erkenntnisse haben Sie da gewonnen? Ja, also ich bin erstmal sehr erfreut, dass wir mittlerweile erkennen können, dass das Thema Digitalisierung auch an den Führungsebenen angekommen ist und letztendlich nicht nur angekommen, sondern auch, dass die Ebenen wirklich auch die treibenden Kräfte sind für die Umsetzung der Digitalisierung, die aus meiner Sicht aufgrund der damit vorhandenen Herausforderungen auch notwendig sind. Wie gesagt, 50 Prozent der CIO sehen das als Top-Thema und treiben diese Themen auch. Wir erkennen auch, dass mittlerweile zwei Drittel der Unternehmen auch wirklich Digitalisierungsstrategien haben, die aus meiner Sicht eine der wesentlichen Basis sind, um die Umsetzung auch entsprechend erfolgreich zu realisieren. Also von daher stimmt mich das ganz positiv. Wir sehen auch, dass es eine Tendenz gibt, momentan noch zwischen großen Unternehmen und kleineren Unternehmen. Die kleineren hängen noch ein wenig hinterher, aber die großen sind im Grund-Cash-Fluss da auch doch noch einen Schritt weiter. Also von daher bin ich ganz optimistisch, auch für die Zukunft, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Jetzt geht es ja bei dem ganzen Thema Digitalisierung auch ganz massiv darum, wie kann ich mich als Unternehmen eigentlich agil aufstellen? Wie kann ich meine Teams, IT-Teams insbesondere, agil aufstellen? Gibt es da Erkenntnisse aus der Studie heraus? Ja gut, was erkennbar ist, dass natürlich Agilität ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist. Das bedeutet aber auch, dass man mit entsprechenden Methoden arbeiten muss, die man auch in dem Unternehmen flächendeckend implementiert, Cross-Prozesse und Cross-Ebene. Und was wir erkennen konnten, ist, dass zumindest mal 36% der Unternehmen mittlerweile agile Anwendungs- und Entwicklungsmethoden nutzen und auf der anderen Seite eben auch 32% der Unternehmen auch in das Thema DevOps investieren und auch entsprechend auf dem Weg sind. Ich würde das gerne noch etwas erweitert sehen, auch um das Thema Security, DevSecOps, weil eben das Thema Security auch einmal eine zunehmende wichtige Rolle spielt. Da kann man sicherlich noch dran arbeiten, aber vom Grundsatz her denke ich, dass wir da auch gute Fortschritte machen. Wenn wir mal über das Thema Skills sprechen, zeigt die Studie auch, glaube ich, ziemlich klar, dass es dort das größte Problem gibt in dieser ganzen Digitalisierungswelle, oder? In der Tat, ein Thema, was uns glaube ich alle betrifft, uns als Anbieter, aber auch letztendlich natürlich auch Anwender, eben wirklich die richtigen Skills zu finden, die Anzahl vor allen Dingen auch der notwendigen Personen mit den notwendigen Skills. Das ist sicherlich eines der größeren Hemmschwellen, die wir alle haben in der Industrie. Das zweite größere Thema auch im Zusammenhang mit Skills und Personal ist tatsächlich auch das Thema Einstellung, also wirklich die Offenheit, wirklich auch in diese Agilität, in diese neuen Welt aktiv und positiv mit einzugehen und zu unterstützen. Das sind so die zwei größten Hürden, die wir momentan festgestellt sind, die sicherlich auch jeder für sich irgendwo anerkennen kann. Da sind wir dann beim Thema Kultur, ne? Ja, genau. Vielleicht nochmal eine Frage zur Technologie. Man muss sich auch von der IT-Architektur, von der Technologie her entsprechend aufstellen, um die Anforderungen der Digitalisierung erfüllen zu können. Gibt es da aus der Studie heraus Erkenntnisse, wie weit die Unternehmen damit sind? Also auch da gibt es natürlich Fortschritte, auch in Abhängigkeit der entsprechenden Größenordnung. Da sehen wir, dass durchaus die größeren Unternehmen auch besser aufgestellt sind als kleineren. Was in dem Kontext auch sehr interessant ist, ist, dass in vielen Fällen dort beispielsweise Budgets kein Hemmschuh darstellen. Also es ist tendenziell nicht zwingend die finanziellen Mittel sind, sondern eher Themen, die wir gerade besprochen haben, wie Skills oder auch die Methodenthematik, die noch nicht in dem Umfang eingestellt ist. Ansonsten gilt es darum, sich wirklich mit den entsprechenden Säulen innerhalb der digitalen Transformation auseinanderzusetzen. Was wir sehen, ist das Thema Security ein zunehmend wichtiger Aspekt ist, weil er auf der einen Seite häufig genannt wird als einer der Bremser und der Schwierigkeiten, auf der anderen Seite aber auch ein Enabler da ist und die Auseinandersetzung mit diesem Thema zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt, also schon in der Softwareentwicklung über den kompletten Prozess, Codierung, Bereitstellung und auch Betrieb sich damit auseinanderzusetzen, wird sicherlich eine große Hilfe sein im Zuge der vernünftigen Umsetzung der digitalen Transformation. Vielen Dank Herr Mulder. Danke. 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 Danke.